So, hallo, willkommen zurück zu Let's Play Together Ja, Splinter Silk History Splinter Silk House Wo hast du das gesagt? Ja, ich habe jemanden zum Verhören Dann mussten wir mal verhören, ich komme gerade nicht rein Ich werde Ihnen nichts sagen Lassen Sie mich in Ruhe Sie können mich so oft schlagen, wie Sie wollen Okay, schlag ihn Okay, okay, bitte Ich wusste, ich hätte mich nicht auf diese Sache einlassen sollen Ich bin nicht young Ich bin nicht young Sie sind gekommen und haben ihn geholt Ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben Man hat mir 500 Won gegeben, damit ich so tue Der nervt Irgendwo, ne? Also ich... Warum kann das nicht Splinter Silk Conviction sein? Die Toilette Oh ja, das wäre doch schön Egal Was macht ihr denn da? Es hat sich herausgestellt Dass young an einen anderen Ort gebracht wurde Dieser Kerl war ein Doppelgänger Okay, da sehe ich zwei Wochen Ja, aber er hat doch gesagt, dass er ein Doppelgänger ist Völlig wusste Sieben, sechs, zwei, vier Ach komm, ficken, ich knacke das Code knacken, Code knacken, Code knacken Dreißig Sechsundsechzig BAMS in dein Face Achtung, da sind zwei Typen Weil ich durchgeguckt habe durch das Türschloss-Teil Das wird sich Mal sehen, wie weit er damit kommt Ich kann das nicht reparieren Nein Tschüss Tod Sterben Mann, den sollten wir verhören Was sollten wir? Den Typ verhören Kannst du eigentlich nichts lesen oder hören? Nein Den Kerl hier, wo ich jetzt stehe Den sollten wir verhören Ich verstehe das Spiel Ich verstehe das Spiel Ich tut mir leid Weil das ist bei mir so leise Den Gegenton, dass ich den nicht höre Dann müssen wir einen neuen Laden, oder was? Deswegen? Nein, brauchen wir nicht Es gibt immer zwei Wege Oder drei sogar Ja, ganz wie du meinst Also Ja, das tut's auch Wir können ja jemand anderen fördern Hä, jemand anders Die habe ich auch gerade getötet Das andere Ich habe festgestellt, dass du mit F Auch die Teamattacke machen kannst Ich weiß Und rüberquatter Kraxel Ja, ist sicher Ist doch Ja, die bewegen sich äußerst realistisch Bis aufs Äußerste Oha, die Kamera ist auch gerade Total super optimal Okay, jetzt What the fuck? Der Raid-Träger-Verband hat gerade eine ganze Reihe Stabgenehmigungen angefordert Anscheinend steht eine intensive Bombardierung eures Gebietes bevor Um weitere Überfahrungen vorzubereiten Wenn ihr Luftabwehr entdecken solltet, müsst ihr euch unbedingt um sie kümmern Komm runter Geht nicht Ich kann's aus irgendeinem Grund nicht aktivieren Jetzt Komm her und lass uns loslegen Hallo, ich bin hier unten Äh, keine Ahnung Hier, ich springe Ja, ich hab mich weis Ich weiß, ich weiß Aber aus irgendeinem Grund war hier was anderes gefragt Komm, egal Äh, Alter, was soll dat? Ich, ich kann nicht springen Boah, ficken Warte, jetzt Boah, jetzt muss der erstmal wieder sein Seil wegpacken So, jetzt Meine Fresse Heiligsblechle Wie geschweinig Das ist Oliver Bach Vorsicht, der Panzer Ach, Panzer sind ungefährlich Ach, meinst du Meine ich, ja Ja, ja, hallo Hinter dir Vor dir Ach, egal Und der hat uns nix zu sagen Schade Wie töd ich ihn? Achso Was machst du? Alter, ich seh nix Ja, krass Äh, okay Los Hä, was soll dat? Ich will jetzt hier drauf Klettern Ficken Ey, ficken Was soll das? Äh, hallo? Hä? Kannst du nix machen, hallo? Hä? Nein, das möchte ich Alten Wie vieles mit Leid hast du? Irgendwie hat's nicht funktioniert So, was soll ich jetzt machen? Achso Schub, äh, Dings platzieren Seht Sprengladungen und schaltet beide Flaggpanzer aus Seh, scho, seh, scho Okay Kann ich wieder runter Tue ich doch Super Ich darf das jetzt, was wir sie jetzt machen Sprengladung entzünden Soll ich die Sprengladung entzünden? Äh, das wir vielleicht eben auch nicht So schlecht Wo sind wir jetzt in Deckung? Hüah, hauah, hauah, hauah Ah, nicht, dass ich vielleicht noch eins Loch weg brauche Soll ich jetzt zünden? Warte Speicher Gute Idee, falsch, war was falsch MI Gut. Jetzt können wir was falsch machen. Ich zünde jetzt einfach mal. Jupp, hätten wir mal die Kette gehen müssen. Ja, da hattest du recht. Also. Gespräch doch noch, Einer. Ich weiß noch nicht, was wir sprechen. Ja, wo bist du? Irgendeiner spricht hier. Ich komme von da unten. Von unten? Hier geht's? Achso, hier geht's. Runter. Ah, GZW. Hallo? Ich wollte gerade sagen, Alter, dass der Charakter zu blöd wäre zum Springen. Meine Güte. Das Spiel ist ja heute mal wieder so richtig anspruchsvoll. Warum? Was? Wirfst du da? Ich brauche Verstärkung. Habt ihr alle Hände voll zu tun? Ich bin getroffen. Ach, du bist da. Ich dachte, das geht auf mich. Ja, weil du feige, wie du bist, weggegangen bist. Also. Aua! Ist ja weggelaufen, die Sau. Vorsicht. Mann, jetzt steht dein Arsch im Weg. Da hinten. Na komm, feiges Hühnchen. Mann, jetzt geh halt töten. Geh halt starben. Was willst du jetzt schon wieder für eine Teamarbeit machen? Achso, ist der Typ hier noch tot. Ja, gut. Was, hier ist ein Panzer? Wo? Aha, Panzerfahren. Panzerfahren. Ja. Aber wenigstens funktioniert das jetzt mal hier. Schlechte Nachrichten. Ein weiteres Flugzeug der Regen ist ein nächstes zu eurem Sopper. Ihr müsst die Luftabwehr innerhalb der nächsten fünf Minuten ausführen. Wieso? Ich denke, es sind bloß zwei. Oh, oh. Speicher. Ich denke, es sind bloß zwei. Speicher. Speicher. Ja, sehr gut. Nerf nicht. Speicher. Ich denke, es sind bloß zwei Dinger zum Abwehren. Scheiße. Was ist? Okay, wir laden neu. Ich war irgendwie in der Nähe des Dings. Mach mal aufbereit. Achso. Ich möchte hier an der Stelle nicht sterben. Mhm. Ja. Worauf warten wir denn? Wieso? Wir haben doch schon platziert, Mann. Alter, was ist denn da draußen für ein Donner? Okay, bist du außer Dings, damit ich zünden kann? Gut. Sag, aber ist das jetzt über stockdunkel oder warum? Was? Wie? Was meinst du mit Donner? Soll es doch dunkel sein? Klar, du. Ja, draußen ist Gewitter bei uns. Nein, das ist hier, Mann. Nein, nein, das ist wirklich bei mir. Achso. Ich dachte, die werfen mir Bomben und so. Bei mir regnet es. Ich habe schwarze Wolken vorm Fenster und es bülzt immer wieder mal. Das ist eindeutig bei mir. Bleibt, wo ihr seid. Ich habe eine weitere Einsatzkraft vor Ort. Er hat gerade die Kerle gefasst, die Jong weggebracht haben. Hä? Verbinden Sie uns. In Ordnung, Fischer. Leg los. Ich habe Ihr Jong, der mit euch sprechen soll. Ich bin... ...und... ...fragen Sie ihn, wo Sie Jong hingebracht haben. Wo habt Ihr Jong... Das ist jetzt geil. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Wer weiß. Soll ich ihn umlegen? Negativ, negativ. Okay. Sie sagen, dass ich dich umlegen soll. Also... Hey, Mond. Okay, Jong. Weißt du, was geil ist? Nee, ring's mir. Wir sind jetzt... Wir sind jetzt live... Wir sind jetzt live mit der Mission von... ...vom Spiel verbunden. Siehst du mal? Aha. Also im Einzelspieler-Modus, ne? Kommt genau derselbe Spruch. Cool. Deswegen Ken. Das ist jetzt... Das ist jetzt so cool. Okay. Was müssen wir jetzt machen? Du kommst zu mir, weil ich muss hier meine Team-Attacke aus. Nein, muss ich nicht. Doch, muss ich. Komm her und lass uns loslegen. Ich bin hier den Kanal runtergeklettert. Oh, und der Part ist vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann wird Joens hoffentlich den Weg finden. Ciao. Wir wollen aus.